Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Wer ist die schönste Frau im Haus? Tante Anna! Und geht am Abend gerne aus? Tante Anna! Wer kommt dann mit dem Taxi heim? Tante Anna! Und muss das Fahrtfeld schuldig bleiben? Tante Anna! Tante Anna! Tante Anna, Tante Anna, du bist die schönste Frau der Welt, so wie du gebaut bist. Tante Anna, Tante Anna, du bist die Frau, die mir gefällt. Wer fährt aufs Land zum Schützenfest? Tante Anna, und gibt den Schützen gleich den Rest. Tante Anna, wer mischt sich dann beim Raufen ein? Tante Anna, und schlägt dort alles kurz und klein. Tante Anna, Tante Anna, Tante Anna, du bist die schönste Frau der Welt, so wie du gebaut bist. Tante Anna, Tante Anna, du bist die Frau, die mir gefällt. Wer geht ins Nachtlokal allein? Tante Anna, Tante Anna, und fängt sich harte Männer ein. Tante Anna, Tante Anna, Tante Anna, Tante Anna, die mir gefällt. Tante Anna, Tante Anna, Tante Anna, Tante Anna, du bist die Frau, die mir gefällt.